Segula ist ein wachsendes Unternehmen, was in Rüsselsheim und Dudenhofen einen führenden Engineering Campus aufbauen wird. Daher haben wir eine riesige Chance, im wachsenden deutschen Markt einer der führenden Entwicklungsdienstleister zu sein. Ich hätte gedacht, das war für mich. In meiner Funktion bei Segula werde ich die gesamte Antriebsstrangentwicklung, Validierung und Prüfung unter einem Tag in Rüsselsheim aufbauen. Damit werden wir dem Kunden eine Vielfalt von Antriebsstrangtechnologien zur Verfügung stellen, die sie jetzt und in der Zukunft für den globalen Markt benötigen. Wir bauen einen europäischen Engineering Campus auf und sind Teil eines kontinuierlich wachsenden Familienunternehmens. Und daher ist es für mich besonders spannend, mit einem hochmotivierten Team zusammenzuarbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017